Wie ist die Digitalisierung der Universitätsmedizin Essen? Wir als Universitätsmedizin Essen haben Ende des Jahres 2015 die Digitalisierung und damit diesen Weg zum Smart Hospital als Unternehmensziel ausgerufen. Warum haben wir das getan und warum auch 2015? Das hing mit verschiedenen Dingen zusammen. Zum einen kam ich im Oktober 2015 an diese Essener Universitätsmedizin, traf da ein sehr, ich sage mal, potentes Feld von Leuten, die unbedingt was bewegen wollten. Professor Forsting, radiologische Diagnostik, starke KI-Einheit dort. Und ich sage mal, diese Aufbruchstimmung war schnell spürbar. Und dann gab es 2015 den Entwurf zum E-Health-Gesetz. Und das E-Health-Gesetz, das sollte ja nun alles mögliche regeln, was jedes Krankenhaus zu absolvieren hat, elektronische Patientenbriefe und, und, und. Das ist dann nicht alles so gekommen, aber für uns gab es den Anlass, jetzt in diesen Weg zu gehen. Wenn ich heute zurückdenke, was damals in meinen Augen Smart Hospital war, dann ist das eine ganz, ganz andere Thematik und das will ich Ihnen gerne im Weiteren erläutern. Warum ist das für eine Universitätsklinik so wichtig? Und das ist jetzt nicht nur ein Thema von Essen. Die Universitätsmedizin ist immer mehr unter Druck. Sie hat zum einen erkannt, natürlich an vielen Stellen geht es mehr oder weniger auch um den Wettbewerb um Patienten. Die Universitätsmedizin hat verstanden, dieser Monopolverlust, der eingetreten ist, so langsam den wahrzunehmen. Sie wissen, heute wird Medizinerausbildung an vielen anderen Standorten auch betrieben, nicht nur an den klassischen Landesuniversitätsklinika. Dann Investitionsstau ist bei vielen ein Problem. Und dann gibt es Exzellenzuniversitäten, das dann wieder unterscheidet zwischen, ich sage mal, High Level und Mittelmäßigkeit oder vielleicht sogar Lehruniversitäten. Also es ist ein ganz kompetitiver Wettbewerb. Das Wichtigste dabei, habe ich jetzt noch gar nicht genannt, in meinen Augen ist das Wichtigste, dieses ganze Thema Human Resources und die Wertschätzung der Mitarbeiter, die natürlich Grundlage dafür ist, dass man die Mitarbeiter in einem solchen Unternehmen halten kann. Wir von der Universitätsmedizin Essen haben 8500 Mitarbeiter. Da ist extrem viel Potenzial drin. Ich sage, das ist unsere Stärke, aber wir müssen die Stärke eben auch abrufen können. Nun kann man sagen, gut, andere Zeit, E-Health-Gesetz, wir müssen was tun. Vieles ist nicht so gut. Redesign your hospital, das ist der Slogan, aber das kann es nicht sein. Das ist viel, viel komplexer, was wir dort eigentlich angehen wollen. Und um, ich sage mal, wirklich Schritte bewegen zu können, müssen wir schon grundlegende Änderungen herbeiführen. Und zwar nicht nur vom Krankenhaus, da komme ich gleich darauf zu sprechen, sondern auch eigentlich im ganzen Gesundheitswesen. Sie alle haben mitbekommen, der Herr Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat im vergangenen Jahr einige Veränderungen angestoßen. Aber das sind natürlich auch immer so punktuelle Themen, die teilweise viele Jahre liegen geblieben sind. Dem Wandel jetzt, dem muss natürlich eine Analyse vorausgehen, um zu sehen, wo können wir den Wandel denn eigentlich ansetzen. Und eine Frage ist, wie sieht es denn in der Medizin aus mit dem verfügbaren Wissen? Und da ist für mich ein großes Thema, dass ich immer sage, wir haben heute kein Wissensproblem. Es ist nicht so, dass die Ärzteschaft irgendwie viel zu wenig weiß. Der Wissenszuwachs, der immer gesagt wird, das Wissen verdoppelt sich in der und der Zeit. Das ist richtig, aber nicht für die, ich nenne das jetzt mal ganz normale Medizin. Da kommen wir ja auch mit dem Wissen aus, das heute eigentlich da ist. Nur, das Problem ist, dass die Ärzteschaft dieses Ihnen innewohnende Wissen nicht immer abruft. Und das ist ein Thema. Wenn uns das schon mal gelänge, dass jeder so sein Wissen wirklich auf die Straße brächte, dann würden wir die Medizin sprunghaft nach vorne entwickeln. Und das ist ein Bereich, den können wir kaum verändern, denn es wird immer mehr Druck geben. Und das kann ich auch hier gut an dieser Folie erklären. Denn die Medizin von heute, das hatte ich angedeutet, hat ein Struktur- und Prozessproblem und nicht ein Wissensproblem. Es gibt eine immer höher werdende Patientenerwartung. Es gibt diesen Kostendruck, der uns alle beeinträchtigt. Es gibt eine medikolegale Situation, wo der Arzt denkt, meine Güte, habe ich alles getan, habe ich irgendetwas unterlassen, muss ich vielleicht nicht doch noch mal ein CT veranlassen oder ein MRT, auch wenn es schon ein, zwei Mal gemacht wurde, weil die Befunde einfach nicht vorliegen. Das sind alles große, große Themen. Es gibt bei der Mitarbeiterschaft, aber auch bei den Ärzten selbst, einen wachsenden Drang um Freizeit. Also auch hier kommen wir im Thema Arbeitszeitgesetzgebung und, und, und. Das ist eben sehr komplex. Und ich bin davon fest überzeugt, dass die Digitalisierung dazu beitragen wird, die Medizin für die Patienten zu verbessern. Das ist für mich außer Frage. Sie wird aber auch dazu beitragen, die Patientensicherheit zu erhöhen. Und sie wird dazu beitragen, die Mitarbeiter von all den ermüdenden Tätigkeiten zu entlasten und auch Fehlerquellen auszuschalten oder zu reduzieren. Weiterhin wird sie dazu beitragen, den Mitarbeitern mehr Freiräume zu geben, auch für Freizeit. Ich habe vorhin gesagt, die Patientensicherheit wollen wir erhöhen. Und ich sage immer, Patientensicherheit bedeutet auch Mitarbeitersicherheit, weil vieles bei Mitarbeitern aus einer Unsicherheit heraus passiert, dass man denkt, ich muss dies und das noch machen. Wenn man aber weiß, man hat eine ganz hohe Sicherheit in der Patientenqualitätsversorgung, ist das sehr viel wert. Und natürlich sage ich, wir müssen die Entwicklung in der Krankenhausmedizin, im Krankenhauswesen beschleunigen. Warum? Weil die Krankenhausentwicklung über die letzten 30, 40 Jahre in keiner Weise Schritt halten konnte mit der Entwicklung in der Medizin. Führen Sie sich die Radiologie vor Augen. Radiologie vor 30 Jahren, heute digitalisiert, funktionelle Bildgebung, Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber wo sind solche Entwicklungsschübe im Krankenhaussystem, ich sage mal, erkennbar? Krankenhaus, immer so das Mantra der Geschäftsführung. Beton first, wir müssen irgendwas neu bauen. Auch wir bauen jetzt wieder ein Essen. Aber das, was geplant wurde, das ist ja vor Jahren geplant worden, in keiner Weise die ganze Thematik Digitalisierung berücksichtigen. Also da kommen wir in eine Lücke rein. Und so, sage ich, wurde über Jahrzehnte, und das ist ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber ich meine es so, das Krankenhaus zum Krankenhaus, das ist so, und die Krankenschwester zur Krankenschwester. Das Thema ist, Sie alle haben es mitbekommen und hören es immer wieder, wir haben das große Problem Pflegenotstand, aber es ist gar nicht ein eigentlicher Pflegenotstand. Es sind ganz viele Prozesse im Pflegeablauf, im organisatorischen Ablauf eines Krankenhauses nicht optimal. Und deswegen machen viele Kräfte Tätigkeiten, die die eigentlich gar nicht in deren Bereich tun sollten. Wenn wir das mal verbessert bekämen, und dabei wird die Digitalisierung helfen, dann würden wir auch diese Notsituation entlasten. Also, ich glaube, es besteht Einigkeit, es ist Zeit für Veränderung. Jetzt komme ich wieder auf den Wandel zurück, und wir fokussieren uns auf den Krankenhauswandel, den wir eingehen wollen und den müssen wir eingehen. Und wir haben das als Smart Hospital bezeichnet. Gibt es alle möglichen Bezeichnungen. Heute weiß ich gar nicht mehr, ob die Bezeichnung, die wir vor drei Jahren gewählt haben, die allerbeste ist. Denn ich möchte Ihnen definieren, was ich unter Smart Hospital verstehe. Ich verstehe darunter eine intelligent arbeitende Steuerungsplattform, die sich an der Gesundheits- und Krankengeschichte der Menschen orientiert. Und zwar von der Geburt oder sogar pränatal bis hin zum Tod. Also, der Unterschied ist, es geht nicht hier um ein Gebäude, das irgendwie durch Mauern gegrenzt ist. Deswegen spreche ich bewusst von Steuerungsplattformen. Und auf dieser Steuerungsplattform, wo das Wissen zusammenfließt, wo die Patientendaten, die Diagnostik-Therapiedaten zusammenfließen, da können andere mitwirken, Niedergelassene und andere Institutionen des Gesundheitssystems. Und der Fokus bei all diesem Gedanken, Smart Hospital, zielt immer auf den Menschen. Und der Mensch in zweierlei Hinsicht, das eine sind die Patienten und deren Angehörige und Zugehörige, und das andere sind die Mitarbeiter. Ich bin davon zutiefst überzeugt, wenn es uns nicht gelingt, eine zufriedene Mitarbeiterschaft zu haben, dann werden wir in einem solchen komplexen Betrieb, wie es ein Krankenhaus oder ein Uniklinikum ist, es nicht hinbekommen, ich sage mal auch, die Interaktion zwischen Mitarbeitern und Patienten ins Positive zu bringen. Deswegen ist es so wichtig. Und wenn wir das Ganze angehen, und als wir das ausgerufen hatten, Ende 2015, wurde eins klar, es ist ein riesiger Change-Prozess. Und da kann man sagen, oh Gott, Change und wie aufwendig, und wollen wir das alles wirklich machen? Für mich ist das der Schlüssel zum Erfolg der Digitalisierung in der Krankenhausmedizin. Wenn Sie sich mit dem Thema heute befassen, und viele von Ihnen wissen da ganz, ganz viel zu, dann kennen Sie Digitalisierungsaktivitäten, künstliche Intelligenzanwendungen, wo Sie sagen, das ist so brillant, warum wird das eigentlich nicht in dem und dem Krankenhaus eingesetzt? Und es wird erst dann eingesetzt werden, wenn die Mitarbeiterschaft begreift und offen ist, so etwas einsetzen zu wollen. Weil die sind alle beschäftigt. Und um die jetzt für etwas zu begeistern, muss man sie mitnehmen. Die Mitarbeiter in einem Krankenhaus haben über Jahrzehnte immer mehr gemacht. Und die haben keinen Spielraum mehr, zusätzlich noch was auszuprobieren, von dem sie vielleicht glauben, funktioniert doch sowieso nicht. Und deswegen, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig, in diese Thematik einzudringen. Und das bedeutet natürlich für ein Krankenhaus, dass wir hier nicht nur mit der heutigen Mitarbeiterschaft rechnen, sondern uns auch Gedanken machen, wie wollen wir die Mitarbeiterschaft vielleicht noch sinnvoll ergänzen. Und dazu gibt es eben andere Fachgebiete, wie Physiker, Chemiker, Biologen, ganz besonders aber Fachinformatiker, Datenwissenschaftler. Es werden neue Berufsgruppen entstehen. Diese wissenschaftliche Bündelung, gerade auch an einem Uniklinikum mit der Patientenversorgung, darf aber nicht dazu führen, dass die Patienten und deren Angehörige Sorgen und Ängste vor einer, wie es dann immer heißt, Entmenschlichung der Medizin haben. Aus Sorge vor Übermacht durch diese Geräte. Und deswegen ist der andere Punkt, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, aber wir müssen auch die Patienten mitnehmen. Wenn wir die Patienten verlieren und bei deren Angehörigen Smart Hospital Ängste aufkommen lassen, da ziehen irgendwie kleine Roboter über die Station und im Zweifel operieren die auch noch, muss man den Patienten sagen, es gibt heute schon ganz viel Robotik in einem großen Krankenhaus. Laborstraßen, da sitzen ganz wenige, die noch pipettieren und sowas. Daran muss man es erklären. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen genauso die Patienten in diesen Change-Prozess einbeziehen. Nicht nur Fokus auf Mitarbeiter, gleichermaßen Change beim Patienten. Also ganz viel Kommunikation, nach intern und nach extern. Das ist eine große Aufgabe, der muss man sich stellen. Damit wir das vernünftig unterlegen, haben wir gesagt, wir gründen ein eigenes Institut für Patientenerleben. Das gibt es in den USA und an vielen anderen Stellen der Welt. Aber es ist nicht in Deutschland typisch. Und das ist natürlich etwas, das sich primär überhaupt nicht refinanziert. Dann sagt der Kaufmann, wie wollen Sie das denn refinanzieren? Wo kommt das Geld her? Und ich sage, es ist essentiell, sonst kriegen wir unsere Ziele nicht umgesetzt. Wir müssen die Patienten einbinden. Und zwar ganz eng bei all diesen Entwicklungsprozessen. Und dann muss man den Patienten die Angst nehmen und den Mitarbeitern sowieso. Weil die alle Digitalmaschinen, nenne ich das immer, benutzen. Und zwar jeden Tag. Da gibt es teilweise amoröse Verhältnisse mit diesem Smartphone. Können kaum alleine gelassen werden. Und das, sage ich, ist Digitalisierung. Das muss man jetzt nur rüberbringen. Mobilfunk, Mobiltelefonnutzer, 68 Prozent der Weltbevölkerung. Das sind Themen, da kann man nicht mehr dran vorbeigehen. Und wir müssen diesen Mobiltelefonnutzer natürlich entsprechend auch ansprechen können. Internetnutzer, 53 Prozent der Weltbevölkerung haben Zugang zum Internet. Den größten Zuwachs hat im vergangenen Jahr Afrika verzeichnet mit 20 Prozent mehr Nutzern. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Social Media, viele von Ihnen Nutzen ist, das ist genauso ein Thema. Da kann man sagen, als Krankenhaus, also das ist gar nichts für uns. Und dann schreibt da irgendeiner, das Essen war schlecht oder die Patientenbehandlung war schlecht. Wenn man sowas macht, muss man sich drum kümmern. Aber wir können nicht mehr dran vorbeigehen. Facebook, 2,3 Milliarden Nutzer weltweit. Instagram, eine Milliarde Nutzer weltweit. LinkedIn kennen Sie, 11 Millionen Nutzer. Xing, 13 Millionen Mitglieder. Sie sehen die Aktivität da. Und der amerikanische Präsident hat Twitter ja, ich sag mal, gesellschaftsfähig gemacht mit 330 Millionen aktiven Nutzern. Nun kann man über Herrn Trump denken, wie man will. Und ich will mich da überhaupt gar nicht zu äußern. Aber ein Punkt ist passiert. Er hat einen Gedanken und er verbreitet ihn. Es gibt eine ganz andere Strategie, wo man gar nicht Gedanken verbreitet. Das ist aber auch nicht immer besser. Also deswegen sage ich, man muss jetzt damit lernen, umzugehen. Aber auch als Klinikum stellen wir uns dieser Thematik. Also sage ich den Patientinnen und Patienten, wir alle erleben immer mehr Digitalisierung. Social Media ist klar. Dr. Google habe ich es überschrieben. Die Nutzung von Gesundheits-Apps und Fitness-Apps, Wearables, Blutdruckarmbänder, was es alles gibt. Die ganzen Start-up-Unternehmen in der Gesundheitsbranche. Und Sie wissen, es wird immer mehr über Online gebucht. Ich weiß nicht, wie Sie Ihre Reisen buchen, aber wir buchen eigentlich online unsere Reisen. Und so ist es auch gar nicht so überraschend, dass die Menschen immer höhere Ansprüche an Dienstleister haben. Und das haben Sie natürlich gleichermaßen auch an die Mediziner und an die ganze Gesundheitsbranche, nämlich eine Erreichbarkeit von 24,7,365. Ich weiß noch, als ich selbst Assistenzarzt war und da war eine große Bäckerei in der Nähe. Und wenn jemand dann zur Arbeit ging, da war das so für manchen Angestellten gar nicht unüblich, bei uns in der HNO noch mal vorbeizukommen. Und das war dann natürlich irgendwie 2.54 Uhr oder irgendwas. Und dann kann man sich aufregen als Diensthabender oder man sagt sich, gut, ich bin ja jetzt auch hier, ich versorge natürlich dieses, das wird immer mehr werden. Aber was kommen wird, ist, dass dieser Wunsch klar in die Medizinbranche drängen wird und er wird nur ableistbar sein, wenn man das maschinell mit unterstützen kann. Dann sind wir im Bereich Telemedizin. Ich werde auch gleich etwas zur Telemedizin sagen, weil die natürlich ein unglaubliches Entwicklungspotenzial hat. Nur diese Entwicklung, die geht nicht so schnell, wie man denkt. Das hängt immer mit verschiedenen Themen zusammen. Zum einen natürlich Thema Datenschutz. Das ist riesig. Da gibt es auch sicher bei Ihnen viel kompetentere. Aber ich will ein kleines bisschen, ich sage mal, mit dem Thema reizen hier, weil mich so bestimmte Vorgänge beim Datenschutz schon etwas irritieren. Dadurch ist eine Entwicklungsverzögerung und eine Entwicklungsverzögerung der Telemedizin ebenso hängt zusammen mit der Vergütungsstruktur derselben. Das sind Bereiche, zum einen, ich habe das hier überschrieben mit Hashtag Tod durch Datenschutz. Das sind Themen, die sind vielleicht zunächst absurd, aber es gibt Dinge, die gehören korrigiert. Nehmen wir jetzt ein Thema, es kommt ein roter Handbrief. Rote Handbrief teilt mit, es gibt ein Medikament mit einer schweren Nebenwirkungsthematik, die gerade identifiziert wurde. Die Kostenträger wissen, wer von den Mitgliedern dieses Medikament nimmt. Die Kostenträger dürfen die nicht anschreiben. Man geht davon aus, dass jetzt der niedergelassene Hausarzt die entsprechenden Patienten informiert. Aber wir müssen doch versuchen, immer die schnellstmögliche Information hinzubekommen. Und deswegen glaube ich, muss man immer überlegen, das eine ist das, was der Datenschutz vorgibt, aber das andere ist auch eine, ich sage mal, Verpflichtung, den Menschen zu helfen. Und da kommt es zu Situationen, wo ich dann sage, ein Lebensschutz kann auch über Datenschutz stehen. Der nächste Punkt ist, Hashtag Tod durch Informationsverlust. Das ist etwas, was mich total beschäftigt. Man hat ein großes Krankenhausunternehmen mit vielleicht noch anderen dazugehörigen Krankenhäusern, mit kooperierenden Ärztinnen und Ärzten im niedergelassenen Bereich. Und es kommt dazu, dass von der einen Einheit zur anderen Einheit Informationen verloren gehen. Diese Informationen, wenn sie verloren gehen, können leider in einem Schaden von Patienten münden, mitunter eben auch in dem Versterben derselben. Und das sind diese Themen, wo wir wirklich überlegen müssen, wie kriegen wir es hin. Sagt man, gut, elektronische Patientenakte, die haben wir auch eingeführt in Essen, aber das ist ein Teil der Wahrheit. Wir müssen noch viel, viel mehr daran arbeiten, dass diese ganzen Informationsflüsse besser werden. Informationsflüsse werden natürlich auch besser, wenn man sagt, man kommuniziert mehr miteinander. Ich habe mich zuerst vorgestellt, als ich da 2015 in Essen anfing und dann haben die Niedergelassenen gesagt, das ist bei ihnen gut, die Medizin ist in Ordnung, aber die Erreichbarkeit in ihrer Klinik ist fürchterlich. Da habe ich gesagt, naja gut, wir werden daran arbeiten. Dann habe ich einen Arztbrief gesehen von einer Klinik, das ist ein ganz engagierter Chef, die tun alles für ihre Patienten. Das Thema ist nur, auf diesem Arztbrief waren 31 Telefonnummern. Und da wissen Sie doch, bei 31 Telefonnummern mit vielen, vielen Spezialsprechstunden, da ist kein Mensch erreichbar. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das anders. Wir bauen ein Service und Informationscenter auf, das können wir auch als Callcenter benennen. Das hat nur so einen schlechten Beigeschmack, deswegen nennen wir es bewusst Service und Informationscenter. Und das ist in mehreren Hierarchie-Ebenen bis hin zur medizinischen Information, bis hin zum Zugriff zum Zugriff wieder auf die elektronische Patientenakte. Also hier sehen Sie, da ist viel Bewegung, hilft auch wieder die Information zu verbessern. Wir verlieren im Moment Tag für Tag mehrere tausend Anrufe im Klinikum. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und da ist es vollkommen klar, es macht keinen Sinn, wenn die Klinikchefs überall rumfahren, um Zuweiser zu gewinnen. Wenn das jetzt ein Ziel wäre, ich sage, nimmt einfach mal das Telefon ab und lasst denen, die anrufen, die rein wollen in die Thematik, auch den Zugang. Dafür hilft es. Und das ist dann auch wieder eine Brücke zur Telemedizin. Sie sehen, ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück und ich glaube, das ist für Sie auch relevant. Telemedizin, gerade in strukturschwachen Regionen, hat die natürlich eine ganz besondere Bedeutung, um mehr in diese flächendeckende Versorgung zu gehen und zwar auch, ich sage mal, nach bestimmten Standards dort agieren zu können. Wir wollen die Lebensqualität der Patienten eben auch dort anheben. Es gibt Videosprechstunden dabei, Sie können Wundkontrollen machen, Sie können aber auch über Sensorik bestimmte Patienten mit Krankheitsbildern, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, Herzinsuffizienz, Morbus Parkinson, Diabetes, sehr, sehr gut monitoren. Und Sie können diesen Patienten vor allem einen Krankenhausaufenthalt immer wieder ersparen. Und das ist das, was wir möchten. Wir möchten nicht, dass Patienten zu häufig in Krankenhäuser reinkommen. Sie alle kennen das Thema der multiresistenten Erreger, das wird uns noch viel, viel mehr beschäftigen als heute. Also müssen wir sehr genau überlegen, wer begibt sich in Krankenhäuser rein. Also auch dort Telemedizin von hoher Bedeutung. Wenn man es dann aber macht, dann muss man es eben auch komplett machen. Und dann darf man nicht sagen, ja, da war irgendwie jetzt keiner in der Nacht, der dann korrigieren konnte. Das hat ganz viel mit Verantwortung zu tun. Und die Personen, die eben monitoren, die müssen auch wiederum intervenieren, wenn jetzt bei den Patienten etwas passiert. Und diese Logistik aufzubauen, ist dann nicht einfach. Aber das kann zum Beispiel, und so sehen wir unsere Position, auch eine Rolle einer Universitätsmedizin sein. Das andere, was ich vorhin sagte, die Vergütung. Das hemmt natürlich an einer Entwicklung. Im Moment, aus Kliniken, wird es aus dem DRG-Topf vergütet. Das ist unzureichend. Das ist vollkommen klar. Und wir wissen, wenn wir die Vergütung hinbekommen, und da sind ja auch viele damit befasst, dann werden wir diese Sektorengrenzen viel, viel besser überwinden können, als es heute der Fall ist. Und deswegen, das hatte ich mir letztens notiert, Vergütungslogiken sprengen, Sektorengrenzen leichter als Gesetzesnormen, da ist viel Wahres dran. In Schweden zum Beispiel, da können sich Patient und Arzt oder Ärztin miteinander verständigen, ob sie sich sehen möchten oder nicht. Wenn sich beide Seiten entscheiden, nein, wir können das telemedizinisch machen, wir müssen uns nicht selbst sehen, dann bekommen sie eine Vergütung wie bei der persönlichen Konsultation. Auch das ist ein Weg. Das ist sicher nicht alles immer übertragbar, aber ich denke, man kann von anderen Systemen lernen. Telemonitoring über Sensorik, auch da haben Sie sicher schon vieles gehört, ich hatte es vorhin angesprochen, hier steht Kommandozentrale, werden Vitalwerte überprüft, das ist das, was ich eigentlich mit Steuerungsplattformen denke, das ist hier abgebildet, Patientenportal, ich spreche inzwischen aber auch sehr viel vom Patientenportal und gleichermaßen vom Mitarbeiterportal, wir wollen Bewegungsmuster, Aktivitätsmuster unserer Patienten identifizieren, wir wollen die Patienten darauf beraten können, es gibt schon Pflegeinstitutionen, die haben im Boden oder in der Tür ganz spezielle Sensorik eingebaut, um Stürze, Bewegungen von Patienten etc. zu identifizieren, das sind auch so Themen, mit denen wir uns eben auseinandersetzen. Also Telemedizin wächst auch in Deutschland und im Kontext der Diagnostik wird dieser Markt, davon bin ich absolut überzeugt, viel, viel größer als im Moment, wie wir es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben, mit dem Teleradiologie-Netzwerk Nordrhein-Westfalen, wo auch über Nordrhein-Westfalen hinaus Radiologiepraxen und Krankenhäuser angebunden sind, mit inzwischen über 350 Teilnehmern. Also das hat auch eine große Bedeutung, aber ich glaube, wir müssen genau jetzt den Schritt in die nächste Stufe gehen. Was will ich damit sagen? Die Telemedizin fokussiert nicht nur auf die Radiologie, es gibt andere Bereiche, natürlich auch die visuellen Konsultationen, die ich angesprochen habe und damit bin ich bei dem Thema Diagnostik. Ich möchte so ein Smart Hospital in zumindest zwei Teile untergliedert wissen, das eine ist die Diagnostik und das andere ist die Therapie mit diversen verschiedenen Abschnitten. Diagnostik haben wir einmal die Akutdiagnostik, das ist die digitalisierte zentrale Notaufnahme. Gott sei Dank hatten wir keine in Essen, als ich dorthin kam. Wir mussten keinen Change-Prozess in der Notfallmedizin betreiben. Wir konnten von ganz neu auf eine digitalisierte zentrale Notaufnahme aufbauen, mit dem Ziel eben über Echtzeitmonitoring von extern in die Notaufnahme die Befunde schon zu transportieren und dann direkt weiter auf die nachversorgenden, weiterversorgenden Institutionen. Die digitalisierte zentrale Notaufnahme bietet uns ein Riesenreservoir für Akutdaten, das ist wichtig. Und dann gibt es natürlich die komplexen Erkrankungen, Maligne Erkrankungen, Herzerkrankungen etc. Es gibt diverse Beispiele auch für die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Eins ist die Entscheidungsunterstützung zur Diagnostik einer Hirnblutung. Da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die eben differenzieren, warum der Patient bewusstlos ist, eben ob durch eine Hirnblutung nach Kopftrauma oder nach Schlaganfall und hierüber wird dann eine viel schnellere Diagnostik ermöglicht und das Ganze läuft unter kognitiver Bildgebung. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das finde ich sehr anschaulich. Man weiß aus der Schlaganfall Symptomatik, dass ein Schlaganfall eine echte Notfallsituation ist, wo es wirklich darum geht, in schnellstmöglicher Zeit zu intervenieren. Sie sehen hier abgebildet in einer Tabelle von einer Arbeit aus 2006, aber das ist immer noch die am häufigsten zitierte Arbeit in diesem Kontext, dass pro Minute 1,9 Millionen Neuronen untergehen in einer solchen fehlenden Perfusionssituation. Das ist ein enormes Ausmaß natürlich, wenn man sagt, es gibt so viele Neurone, aber es ist trotzdem sehr wichtig. Wir wissen jetzt also, es geht darum, sehr schnell zu intervenieren. Und dann gibt es eine indische Arbeitsgruppe, die haben aus über 300.000 Kopf-CT-Scans bei etwa 20 Institutionen an indischen Krankenhäusern eine Differenzialdiagnostik betrieben, mit Deep Learning Algorithmen unterlegt, um zu identifizieren, was ist jetzt genau für eine Blutung dort oder für ein anderes Ereignis. Und die konnten feststellen, das ist sehr gut publiziert worden, 2018, im Oktober, dass das Deep Learning System, die Bilder 150 Mal schneller analysierte als erfahrene Radiologen. 1,2 Sekunden gegenüber 188 Sekunden. Das sind drei Minuten. Wenn man drei Minuten rechnet, sind wir bei etwa sechs Millionen Neuronen. Das muss man sich nur vergegenwärtigen. Das bedeutet ja in gar keiner Weise, dass man irgendeinen weniger einsetzen will, aber es bedeutet, wir wollen standardisieren und wir wollen solche Technologie nutzen und wenn man das als Beispiel bringt, versteht auch jeder, warum man diese Technologie nutzen will. Also Time is Brain, das ist das, was dann immer wieder vorgetragen wird. Jetzt kommen wir zu den komplexen Erkrankungen. Das ist natürlich ein großes Thema und auch da wird sich vieles verändern, weil es nicht mehr die Diagnostik ist, die sich um die Lunge kümmert. Es wird viel, viel komplexer sein und das ist der Change, den wir auch dort machen müssen und nun müssen wir solche Situationen, Klinikstrukturen ändern, wir müssen Verbünde neu gestalten in einem Klinikum und das stößt auch natürlich nicht nur auf hohe Zuneigung, da gibt es natürlich auch einige, die sagen, nein, nein, ich möchte diese Veränderung nicht. Diagnostikfächer fusionieren, welche können und sollten fusioniert werden? Ich habe das jetzt einfach so mit ganz vielen Klicks gleich unterlegt. Bei Radiologie ist klar, Radiologie ist seit vielen, vielen Jahren digitalisiert, künstliche Intelligenz, ich sage mal, wöchentlich tauchen neue Anwendungsbeispiele auf. Pathologie ist noch nicht so weit digitalisiert, da gibt es verschiedene Institutionen, bei uns auch, die sind sehr aktiv und deswegen habe ich da so ein graues Häkchen hingemacht und das gleiche gilt, noch schwächer grau für Einsatzmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz, aber es gibt es, es kommt auf. Nuklearmedizin ganz ähnlich, auch dort muss man sagen, gibt es aktive Gruppen, also Bereitschaft ist da und es wird kommen. Dann kommen wir jetzt zu anderen Themen, das ist mir viel zu wenig in der Thematik besprochen auch und das ist zum Beispiel die Endoskopie. Jetzt sagen wir, es ist eine hervorragende Bildgebung, es ist ein super CT, eine super MRT-Diagnostik, aber der Blick auf die Schleimhaut mit heute möglichen Systemen, Sie sehen ja heute teilweise in Schleimhäuten den Blutfluss und jetzt muss man sagen, wie passt dieses Bild, diese Daten Feststellung zu dem Bildgebungsbild MRT oder was man dort hat und das zu fusionieren, das ist eine Herausforderung, deswegen glaube glaube ich, die Endoskopie bergt ein Riesenpotenzial, um die Brücke zu schlagen jetzt. Dann die Mikrobiologie. Mikrobiologie wird ohne künstliche Intelligenz nicht mehr auskommen. Die Jagd, das Inselspital in Bern befasst sich seit über einem Jahr mit der Jagd nach einer bestimmten Erregergruppe, die immer wieder auftaucht und die haben mit KI unterlegt schon sehr sehr viel jetzt antizipieren können, aber man sieht, wie schwierig das ist und das ist eine Herausforderung. Also Radiologie, Pathologie, Nuklearmedizin, da gibt es international Beispiele für, das ist sicher nachvollziehbar, da glaube ich, wird viel mehr zusammengearbeitet, aber jetzt kommt ein anderes Thema und das ist auch hoch faszinierend. Das ist die Betrachtung, die Auswertung des Augenhintergrundes und da gibt das sehr aktive Gruppen und man kennt ja die Arbeiten, wo man sagt, die Augenhintergrundanalyse unterlegt mit künstlicher Intelligenz, sagt mit einer statistisch signifikanten Wahrscheinlichkeit kardiovaskuläre Ereignisse voraus, die innerhalb von fünf Jahren eintreten und deswegen sage ich, Augenhintergrund ist eine Bildgebung, die auch sehr potent ist. Denken Sie dran, das Gleiche kann sich in der Mundhöhle abspielen, machen Sie bitte den Mund auf, man blickt in die Mundhöhle, es gibt heute Systeme, da sehen Sie die Gefäßarchitektur, exzellent und auch diese können Sie analysieren. Also da ist viel Bewegung drin, Stimmanalyse, eins meiner Lieblingsthemen, ich habe mich früher immer gefragt, was wollen die Leute mit der Stimmanalyse, ich bin ja selbst aus der HNO-Heilkunde, dann kamen immer diese prägnanten Beispiele, ein Entführer und der Entführer wurde dann eine Stimme irgendwie identifiziert und heute weiß man aber, es gibt so einen speziellen Fingerabdruck der Stimme, der ist schon kaum zu toppen und da kriegen Sie dann noch emotionale Analysen rein, auch da gibt es heute schon sehr gute Beispiele und dass die sprechende Medizin viel, viel mehr von der Digitalisierung profitieren wird, das ist auch außer Frage, da sagen natürlich manche nein, das kommt nicht, aber man wusste schon in den 1960er Jahren, dass sich Menschen, die eine psychische Problematik haben, Maschinen viel eher anvertrauen als anderen Psychiatern etc. und dann sage ich, meine Güte, jetzt lassen Sie uns mal das weiterdenken, ich habe dieses amoröse Verhältnis mit dem iPhone angesprochen, wie auch immer das Gerät sieht, man taust sich aus, Sie wollen dann diese Information in einen Behandlungsprozess, in einen Diagnostikprozess reinbringen, das ist ein Riesenspektrum, das da aufgeht und die Stimme spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Ganganalyse, die Orthopäen sind heute viel, viel weiter, als man das oft denkt, die können aus den Ganganalysen auf bestimmte Mechanismen zusammen mit den Neurologen schließen, da können Sie alleine an diesen Daten identifizieren, was für Störungen vorliegen, auch das ist ein relevantes Thema, Face Scanning, Gesichtserkennung, das, was ich zu der Stimme gesagt habe, passt in vielen Fällen zu dem Face Scanning, es gibt eine App, über die können Sie heute Syndrome identifizieren, über ein Face Scanning, Man muss sich das überlegen, da sind wir ganz dicht bei der Genetik, wir können diese Brücken schlagen, auch das ist ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen und befassen werden und da können wir sagen, die Chinesen, die scannen überall, aber zum Schluss wird es auch da wieder Fortschritte geben und ich glaube, man muss sich genau mit diesen Themen befassen und das geht jetzt weiter, also bin ich in einem Diagnostik Konzept, da kann man vielleicht nicht mehr sagen, ich interessiere mich für dieses, sondern ich habe einen eher holistischen Ansatz und deswegen glaube ich, dass die bilderkennende Diagnostik viel, viel komplexer wird und auch bedeutsamer in der Gesamtheit, in den Möglichkeiten, die heute da sind und sie müssen dabei die genomische Medizin mit einbeziehen, weil diese Systemmedizin, die organbezogene Medizin komplett verändern wird. Früher hat man gedacht, da ist irgendwie die Erkrankung bei dem und dem Organ und heute weiß man, nein, auf die Genetik runtergebrochen und daher kommt dann dieser Begriff Systemmedizin, kommen sie dazu, dass sie sagen, dann haben diese Patienten auch noch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Psoriasis und für die und die Veranlagung, also das wird mehr und mehr in den Mittelpunkt raten und deswegen glaube ich, wird es nicht ausreichen, Krankheitsbilder mit nur klassischen Bildgebungsverfahren aufspüren zu wollen, sondern die Palette breiter zu machen. Wir werden also einen breiten Bogen schlagen von der Genomdiagnostik über diverse Bildanalysen bis hin zur KI-unterstützten Feststellung, was ist dort genau los. Wenn ich dann von Ärzten 4.0 oder wie auch immer sie heißen werden spreche, dann glaube ich, haben diese irgendwann den Anspruch an Kooperationen mit wem auch immer, wo sie einen Diagnostikweg aufgezeigt bekommen und nicht sich viele eigene Themen zusammensuchen müssen. Das ist der Unterschied. Genau wie es vollkommen klar ist, dass die künstliche Intelligenz das Arztbild dramatisch verändern wird. Hier haben sie aufgezeigt, wie das aussieht. Die Ärztinnen und Ärzte gehören zu den ältesten Professionen in der ganzen Berufsgeschichte und jetzt kommt dieses Thema. Sie sind nicht mehr alleiniger Wissensträger, heute schon nicht mehr, aber es verändert sich sehr viel und zwar von einem Wissens zu einem prozessbezogenen Denken und deswegen werden die Patienten nicht nur später über Medikationen von den Ärzten beraten, sondern letztlich auch über den Einsatz von zum Beispiel Gesundheits-Apps. Es werden digitale Fertigkeiten vermittelt bezüglich kritischen, planvollen und kontextspezifischen Umgangs mit Daten und hier ist eine Zukunftskompetenz ich sage mal mehr und mehr abzugrenzen, die heute als Data Literacy bezeichnet wird. Der Mediziner wird mit seiner klinischen Erfahrung eine Brücke herstellen zu den Datenwissenschaftlern. Das ist nicht voneinander abgegrenzt, man wird gemeinsam daran arbeiten können und deswegen können wir feststellen, dass die Diagnostik KI unterstützt viel, viel schneller werden wird, als sie heute betrieben wird und das gilt ganz besonders natürlich auch für seltene Erkrankungen, die heute vielfach erst nach mehreren Jahren als solche identifiziert werden und die Ärzte werden in Fachdisziplinen tätig sein, die heute noch gar nicht bekannt sind, wie sie sich genau umstrukturieren, mit welchen Schwerpunkten, deswegen sage ich immer, bleiben sie offen und gehen sie Entwicklungen mit, die noch gar nicht so abgrenzbar sind. Natürlich, der Arzt und die Ärztin, die werden in vielen Teilen unersetzbar bleiben, aber wir müssen feststellen, auf der einen Seite gibt es diese ganze Notwendigkeit zur persönlichen empathischen Beratung, das ist außer Frage, aber wenn die Ärztinnen und Ärzte diese Digitalisierungskomponente ablehnen, dann werden sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass es Berufsgruppen gibt, die diese Lücke auffüllen werden und das glaube ich ist nicht der richtige Weg. Sie alle in meinen Augen werden in den nächsten zehn Jahren auf gänzlich andere Ärztinnen und Ärzte treffen, die als andere Gesprächspartner empfinden, als es heute der Fall ist und darauf muss man sich auch einstellen können. Wenn ich dann das Fazit bringe zu diesem kurzen Übersichtsbeitrag, dann will ich feststellen, dass die Digitalisierung die Diagnostik weiter verbessern und beschleunigen wird, das ist außer Frage. Die Digitalisierung wird die Therapie in verschiedenen Bereichen, gerade der konservativen Medizin, erheblich präzisieren. Die Digitalisierung wird ganz sicher vor der sprechenden Medizin keinen Halt machen. In meinen Augen wird das die größte Veränderung werden. Die Digitalisierung wird weder Ärzteschaft noch Pflegekräfte ersetzen. Sie wird von zeitraubenden Tätigkeiten entlasten und mehr Kontaktzeit am Patienten ermöglichen. Und sie wird dabei helfen, die Patienten auch zwischen den einzelnen Behandlungsabschnitten zu überwachen, zu begleiten und zu beraten. Also nicht Behandlung entlassen, man sieht nichts mehr, bis der Patient über die Notaufnahme wiederkommt. Digitalisierung und Maschine werden Patient und Arzt ganz sicher wieder stärker zusammenführen. Also positiv an diese Thematik rangehen und die Digitalisierung wird den Ärzten eine Präzisionsprävention und eine Präzisions Lifestyle Beratung ermöglichen. Und der letzte Punkt ist das große Kapitel, das im Moment noch ein kleines ist, ein großes Wert, das ist das Kapitel der Disease Interception. Also das Abfangen der Erkrankung vor dem Ausbruch derselben. Sie haben zum Beispiel eine Genomanalyse und Sie haben Hinweise, hier gibt es Anhaltspunkte, dass eine Krankheit ausbrechen wird und genau in diesem Abschnitt versuchen Sie, ich sage mal, von dem Pfad abzubringen und das ist für Pharmaindustrie wichtig, das ist aber auch für diagnostische Industrie wichtig, weil man sehen will, wo passieren noch welche anderen Schritte. Es wird ein großes Thema, es erfordert eine Steuerung durch die Ärzteschaft und es verbindet eben, wie ich sagte, Genomik, Digitalisierung, Medikation, Prävention und ein ganz hohes Maß an Patientenzuwendung, weil, das kennen Sie alle, es gibt immer mehr Daten, die Menschen sammeln alle Daten auf ihren Variables, aber was macht man denn, wenn einer kommt und sagt, ich hatte da eine Zacke und ich hatte dies, wir müssen ja mit diesen Situationen umgehen und das wird immer, immer mehr und damit sind wir letztendlich bei diesem Thema Smart Hospital, ich habe Ihnen gesagt, für mich ist es ganz klar eine Steuerungsplattform, auf der alle Spieler des Gesundheitswesens mitwirken sollen, um sich um die Menschen im gesunden, fast kranken und kranken Zustand zu kümmern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Vielen Dank.